Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich auf unserem YouTube-Channel Gewässerstoff. Mein Name ist Andreas, ich bin einer der Autoren von Gewässerstoff und ich bin nicht nur der einzigste Autor, sondern es gibt noch ein paar andere und wir möchten euch ein bisschen was vorstellen. Du interessierst dich genauso für die Angelei wie wir auch. Angeln ist unsere Leidenschaft, da machen wir schon seit klein auf, können wir so sagen, seit der Pike auf, so sagt man es ja recht gern und wir möchten einfach unsere Leidenschaft mit euch teilen beziehungsweise ein paar Tipps und Tricks weitergeben und das versuchen wir in unserem YouTube-Channel und auch auf unserem Blog Gewässerstoff.de euch ein bisschen zu vermitteln. Dort findet ihr zum Beispiel ein paar Videos, unter anderem auch Tackle-Clips. In unseren Tackle-Clips stellen wir uns einfach ein bisschen das Angel-Tackle vor, was wir verwenden, beziehungsweise vielleicht auch Neuanschaffungen, die zeigen euch da ein bisschen, gehen näher darauf ein. Wir haben aber auch Unboxing-Videos, wie gesagt, wenn wir hier neue Sachen kaufen, stellen wir euch die in den Unboxings vor. Weitere Tackle-Clips sind zum Beispiel auch Futter für Kurzsessions, wie wir das vorbereiten und andere Themen. Alles eben, was rund ums Tackle und ums Angeln drum herum geht. Weiter haben wir noch unsere Autorentagebücher. Findet ihr Videos von Karpfenansätzen oder auch Raubfischansätzen, beziehungsweise sind wir auch mit dem Boot hier in der Seenlandschaft öfters mal auf Raubfisch unterwegs. Das wollen wir euch da ein bisschen näher bringen. Dabei versuchen wir natürlich euch so oft wie möglich Videos hochzuladen, beziehungsweise euch zu zeigen, was so bei uns gerade läuft und was bei uns los ist. Natürlich geht es im Privaten nicht immer, aber wir versuchen es natürlich stetig. Normalerweise Freitagabend kommen die Videos hoch, beziehungsweise auch Samstagabend mal oder Sonntagfrüh dann. Habt ihr Zeit zum gucken und jeder ist ein bisschen daheim meistens um die Uhrzeit. Es kann auch mal sein, dass wir ein kurzes Video machen, einfach so ein Shortclip oder so. Der kommt dann meistens auch Mittwochabend. So kann man die Woche noch mal zwischen den Wochenenden noch mal ein bisschen überbrücken. Und ansonsten, was gibt es zu sagen? Ja, bist du genauso gespannt wie wir, beziehungsweise hat es dich interessiert? Dann schau einfach rein, klick auf unsere Videos, sind ja schon ein paar oben. Ansonsten Allzeit-Petri Heil, macht's gut. Ciao, wir sehen uns.